Hallo und schön, dass du da bist. Heute ist endlich wieder schönes Wetter und es ist bald Ostern, das heißt es ist Zeit auf die Sommerräder wieder zu wechseln. Ich möchte euch heute im Video zeigen, wie ihr bei der Gelegenheit sehr sehr einfach die Bremsen messen könnt. Ich werde dieses Jahr im Sommer meine Bremsen, meine Vorderbremsen an der Vorderachse wechseln, sowohl die Scheiben als auch die Belege. Ja und ich möchte euch eine einfache Möglichkeit zeigen, wie ihr mit Hausmitteln feststellen könnt, in welchem Zustand eure Scheiben sind und ob der Wechsel bevorsteht oder nicht. So, dazu müssen wir erstmal das Rad abnehmen. So, was ihr jetzt hier seht, ist die Bremsscheibe, natürlich von hinten und von vorne und dass die Bremsscheibe hier eine Kante hat. Diese Flecken, die ihr seht, ich habe leichte Brandflecken auf der Scheibe, weil ich einmal scheinbar sie überhitzt habe beim Bremsen und die Bremsbeläge kann man hier sehen, sowohl hier als auch natürlich auf der anderen Seite. Was man hier auch noch sieht, ist ein bisschen der Rest der Keramikpaste, mit der ich verhindert habe, dass die Felgen auf der Radnabe kleben. Tatsächlich hat das ziemlich gut funktioniert, also ich hatte diesmal keinerlei Probleme mit dem Abnehmen der Felgen. So, also wie funktioniert der Trick? Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Messschieber. Messschieber ist ja eigentlich, gehört in jeden Werkzeugkasten, weil man damit nicht nur die Dicke von Dingen messen kann, sondern auch die Tiefe und gerade, wenn man in der Wand Löcher bohrt, zum Beispiel, ist das super praktisch, das Messen zu können, als auch hierüber einen Innendurchmesser zu messen. Also das Ding ist wirklich praktisch, kostet, weiß ich gar nicht, also sollte möglichst genau sein, das ist von Steinle ein Messschieber, ein analoger, es gibt die auch mit Display, aber da denke ich halt immer, wozu ein Display, dann sind die Batterien irgendwann leer, weil man das doch auch sehr schön hier hinten auf der Skala ablesen kann. Machen wir es mal anders und fangen mit den Bremsbelägen an. Im Grunde auf diesem Metalldingen sitzen die Beläge drauf, sieht man hier rausschauen, die gegen die Scheibe drücken. Ob ihr an der Verschleißgrenze seid, könnt ihr ganz einfach an dieser Klammer sehen, die nämlich, da steht auch eine Null drauf, die nämlich, wenn sich hier auf die Bremsscheibe drauf kratzt, dann sind die Beläge an der absoluten Verschleißgrenze. Hier seht ihr die Klammer und dass noch ein bisschen Luft darunter ist, das heißt, was die Beläge angeht, ist noch ein bisschen Rest übrig. Was die Scheiben angeht, ist das Problem folgendes. Die Bremsbeläge arbeiten auf dieser Fläche, das heißt, ihr bekommt hier oben immer eine Kante, sowohl hier unten, da kann man die ganz gut sehen, wegen der Spiegelung, als auch hier oben am Rand. Das Problem ist, wenn ihr den normalen Messschieber benutzt, damit messt ihr die Breite hier zwischen und wie ihr seht, bleibt hier unten ein Abstand frei. Und das ist nicht gut, weil dann messt ihr was komplett Falsches. So, und jetzt kommen hier die Münzen im Spiel. Was ihr macht, ist, dass ihr zwei Münzen nehmt, die aufeinander legt, um die Gesamtdicke zu haben und dann die Dicke der Münzen ausmesst. Dann könnt ihr ablesen, wie breit diese Münzen sind. Was ihr dann macht, ist, dass ihr eine Münze hinten an die Bremsscheibe drückt und eine vorne, so in etwa, damit ihr höher seid als die Kante hier vorne. Dann könnt ihr den Messschieber nehmen, hier drüber legen und auf die Münzen auflegen. Und wenn ihr sie dann einklemmt, dann könnt ihr hier oben das Ganze festziehen, abziehen. So, das ist das Ergebnis der Messung und das sind 3,77 cm, die die Bremsscheibe noch hat. So, was dann als nächstes machen, ist, dass wir die 3,77 cm nehmen und davon die 0,48 cm von den beiden Münzen abziehen. Und wir kommen damit auf eine Restbremsdicke von 3,29. Zu den Bremsen findet man dann eine Vorgabe, wie dick sie eigentlich sind, wenn sie ursprünglich hergestellt werden. Ihr findet dazu auch, aber da kommt man, also kann man nicht hinsehen, habe ich nicht sehen können. An der Innenseite eigentlich einen Aufdruck. Wenn ihr neue Bremsscheiben holt, dann könnt ihr natürlich auch vorher euch aufschreiben, wie dick sie ursprünglich waren. Im Fall der Serienbremsscheiben sind es 34 mm, die sie ursprünglich haben und die Verschleißgrenze ist bei 31,6 mm. Das heißt, also im Grunde 13 mm ist hier noch Luft an den Bremsen. Es wird ja zur Dolomiten-Tour Ride the Dolomites 2 gehen, jetzt im Mai hoffentlich, wenn das alles klappen sollte mit Corona. Und das ist genau der Grund, warum ich den Bremsenwechsel dann für den Sommer angesetzt habe. Als nächstes, wo ihr das jetzt wisst und mal kontrollieren könnt, als nächstes werde ich euch in einem der Videos in der Vorbereitung auf die große Inspektion, die ja bei meinem Mustang ansteht, werde ich euch erklären, welche Bremsen es gibt, welche Kombination es gibt, welche Kombination ich fahren werde. Wahrscheinlich werden es EBC-Bremsscheiben sein und Yellows darf Belege. Aber alles dazu und wie es da ist mit Zulassung, darf man beliebige Teile montieren oder nicht. Das alles kommt dann in einem getrennten Video, wenn es darum geht, dass ich die Teile für die Inspektion besorge. So einfach ist das mit den Bremsen. Natürlich könnt ihr das genauso an der Hinterachse machen, darüber buchführen, wie immer wenn ihr Reifen wechselt, wie viel Bremse noch übrig ist, sodass ihr das rechtzeitig mitbekommt, dass eure Bremsen gewechselt werden müssen. Ansonsten natürlich, wenn ihr zum Vorthändler geht, haben die auch einen Blick drauf, ob die Bremsen fertig sind oder nicht. Als nächstes kommen wieder Videos von mir zum Thema Tuning, wo ich euch dann sagen werde, wie ihr ein gutes Gleichgewicht aus Fahrverhalten und Optik hinbekommt und worauf ihr vielleicht Wert legen solltet, wenn ihr aus dem Mustang neben seiner Fähigkeit als GT auch so ein bisschen Sportwagen machen wollt. Übrigens ist bei der Dolomiten Tour aktuell ein einziger Platz noch übrig. Falls ihr mit dem Gedanken spielen solltet, bei der Tour teilzunehmen, wäre das die letzte Gelegenheit, euch einzutragen und dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!